2012 Berlin Film Festivali Gümüşhaya Ödüllü bir başyakunt. Barbara. Das ist Frau Doktor Wolf. Sie arbeitet ab heute über unsere Kinechirurgie. Yıl 1980. Yer Doğu Almanya. Wenn Sie mich die Welt abholen, kannst du irgendwas für mich tun, Frau Doktor? Können Sie was für Stella machen? Kofi ist eine Vernichtungsanstalte. Iki hayat arasında sıkışıp kalan Barbara'nın Sarsücü Hikayesi. Barbara, bugün televizyonda ilk kez ve sadece Smart Cinefest'te.